Oh, jetzt habe ich gerade mein Mikro geküsst. Oh, oh leu. Oh, hey, Baby, willst du was das hier? Sag schon, süßer kleines Schnitter, du, du T-Bone SC400. Irgendwer vielleicht schon sagen, wie lange wir aufnehmen oder so. So, ich kann die Kiste nicht mehr aufnehmen. Like a Boss. Ja, das nehmen wir ganz sicher auch. Äh, ja. Ein Kobblestone, Kobblestone. Kann euch sagen, wie lange wir aufnehmen? Circa seit, äh, 14.05, setz ich mal, weil um 14.09, äh, das, äh, 15.05, äh, 14.09 haben wir dann damit zu konfirm. Ich kann euch sagen, dass ich schon 31 GB aufgenommen habe. WTF? Äh, wieso sagt ihr das? Und ich kann euch schon sagen, dass ich ein Kobblestone habe. Wie steht Größe 0 Bytes? Hast du ein Kobblestone? Das ist der Kobblestone. Flo, hast du wenigstens ein Kobblestone? Ja, ein Kobblestone habe ich. Und ein Kobblestone. Ein Kobblestone, ja. Was? Gucken wir mal, der Partal ein bisschen zu. Ich muss mir spitz angekraften. Hallo. Ich renne eigentlich nur dämlich rum, oder? Ja, meinst du mal nicht. Was? Oh, die haben Steine drinnen. Ich bin King of the Hill. Ja, doch. King of the Hill. So, und es fängt dann zu regnen. Aber lassen wir. Nicht mehr cheaten. Also wir cheaten haben jetzt nicht mehr. Cheat! Äh, ich brauch noch einen Kobblestone, einen Kobblestone. Ich hab 10, ich hab 10, ich hab 10. Ich hab 10. Ich hab 10. Danke. Wow. Also wirklich. Das war langer Regen. Okay. Ja. Ja, es war echt ein langer Regen. Habt ihr das eigentlich gesehen, dass ich den Regen ausgemacht habe? Ja, Flo, mach das nicht. Das gehört doch zu. Nein, der Regen ist scheiße. Ja, das. Ja, aber es ist auch irgendwie cheaten. Wieso? Was ist daran cheaten? Es nervt. Naja, wenn wir ihn ausmachen. Eigentlich ist es eh besser für die Zuschauer. Weil sie uns dann wenigstens verstehen. Warte! Ich kann mal mal machen. Vielleicht hört mal. Ja? Wiss! Schaufel am Kopf! Watt muss loading. Schaufel am Kopf. Schaufel am Kopf. Okay, äh ne, F nur. Tun auf. Ja, Schaufel auf Kopf. Ja. 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 Dann. Anwes. Ja. Gonnaen ane denken. Jo, na, 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 na. Ok, ganz leicht zu gehen. Hä? Hä? Ok. Ok. Ah, hier. Ah, hier. So, ja, was. Ich habe keine einzige Wortgerät. Ich habe keine einzige Wortgerät. Das ist eigentlich Konfi-Leiter. Abgekotzt. Ich habe völlig da geschrieben. Abgekotzt. Abgekotzt. Der Pascal ist irgendwie weg. Du Delick? Der Delick! Delick! Delick, ok. David, Paco und ich würden gerne mal, wenn wir uns Pfades entfernen, mal einfach mit den Öffis durch Wien durchfahren und irgendwelche Sounds von den U-Bahnen zu aufnehmen. Und wir wollten fragen, ob du uns dann wenigstens ausmachen kannst. Hä, wann wollten wir das fragen? Woher wusste ich nichts davon? Das habe ich doch ganz... Ok, ich war dabei. Nochmal, nochmal. Erklär es mir nochmal. Also David, Paco und ich, während du dich in den Ferien, wenn du mal fadest, einfach sinnlos mal den ganzen Tag mit den Öffis durch Wien fahren. Und die Sounds von der U-Bahn und Straßenbahn und so aufnehmen. Und wir wollten wissen, ob du uns dann daraus aus den Sounds dieser Remix schneiden kannst. Ich werde es versuchen. Könnte es versuchen. Hallo. Hi. Ja. Weil ich mein, mein Lappi hat irgendwie gerade den Geist aufgegeben. Aber eigentlich witzig, wie kurz der es dann zum Restarten gebraucht hat. Aber es hat nicht nur dein Lappi den Geist aufgegeben, auch das Skype-Warner-Ruf. Ja. Ja, bei mir war dann alles urverpackt. Bei mir habt ihr auf einmal rumgelegt. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir habt ihr euch alle wie Roboter angehört. Ja, bei mir auch. Ja, wisst ihr noch, wisst ihr noch, als der Keks darunter fiel und alle geschreit haben? Geschreit haben? Ich wollte irgendwie ein Thema aufbringen. Okay, reden wir über Kekse. Okay. Wisst ihr noch, wisst ihr noch, wo ungefähr einer Minute gerade Skype abgekackt ist? Das waren noch Zeiten, oder? Das war noch mindestens zwei Minuten. Ah, das war so schön. Oh ja, zwei Minuten. Du hast recht. Ach, die letzten zwei Minuten. Das ist Zeit wieder weg. Aua. MOLEN! Wir brauchen irgendein Thema. MOLEN! Zeug dich jetzt an, dass das so was ist. Ähm, reden wir über Töten. Das passt wahr. Okay. Ja, also ich mag sie am liebsten rund und groß und... Ah, Leute. Die Aufnahmen meint mich immer noch. Ja, sicher. Ja, sicher. Oh, was rennt? Ja, so sinnlos. Wir rennen im Kreis. Let's talk. Genau, genau die zwei. Ja, ich hab's jetzt gar nicht gemacht. Ja, ich hab's jetzt gar nicht gemacht. wir haben schon mal auf unserem alten Kanal angesprochen blablabla äh wie sind wir zum Gaming gekommen und so was soll ich den Mellonkern erhalten wenn ich hier eine sms erhalten ooooh wir müssen den Serien wir müssen gucken dass dieser Serien-Typ da he 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 nicht zu uns kommt also jetzt nehmen wir einfach boah, ne, lol nehmen wir einfach Thema wie haben wir nein, das ist so scheiße ja, äh N64 angemacht und los ne, waren du das erste mal zum Beispiel ich bin ja so richtig dazu gekommen Mario David ich hab doch gar nicht angefangen erst mal, dann Call of Duty wobei wirklich die Computer gespielt habe ich eigentlich auch schon regelmäßig im Kindergarten, das muss man jetzt so mal sagen ich bin wirklich schon mal regelmäßig jeden Sonntag eine Stunde lang vom Computer gesessen und hab irgendwelche ja, das war bei mir auch so, ich hab hauptsächlich mit dem Zoo Tycoon gespielt von Microsoft und den Zoo Simulator, das war irre cool ja, das war nicht so, ich hab ja auch gezwungen ja, das war nicht so, ich hab ja auch gezwungen aber das wird das, das, dieser Zoo Simulator war immer extrem lustig, weil ich habe immer die Leute von den Tigern aufressen lassen er war früher schon ein Amokläufer zu den Leuten da ja, und das ist ja ist ja bei jedem Game aus dem Ort, weil heute ist ja Nachläufer so er hat jemand den scheiß Millionenkern gesehen, ich hab den abgebaut und er hat sich verschwunden oh yeah ja wie ich kann dein Hunger weil ich bekomme die Hunger und ich bekomme die Hälfte dann kann man da unten im Block reinsetzen, bitte weil ich mich nicht empfehlen, du musst bei der Aufnahme aufpassen, dass du nicht dieses komische Erdraue nur ich wollte, dass du es sechs Jahre alt so ich kann sie mussten nicht mussten immer so ja die ja ja das habe ich gerade mein Mikro gekrönt oh oh, hey, Baby, wie ist das hier? sag schon, ich sehe, ich sehe, ich sehe, du do T-Bone SC-450 so, du? so, jeder Kalker hat er ja die halt ist er ist noch ein YouTuber immer der ist immer ein Jahr genau hat auch das Timo so jetzt kann ich jetzt kann ich weiter das Ziel los im Kreisgrund Kamerl Karte kann es so geben dass ich die Platte weiter bauen kann ich muss noch anbauen noch nicht genug auch nicht so weit wie ich habe jetzt alle das halt bei bis zu bekommen wenn die ganze Zeit um dann dort ist es sechs Jahre kein noch kein Loco mal der Saar jemanden da hat er ja was in der Platon war größer dahinten das ist das wird das ist eingegeben kommen ja das Wetter von Bakunen bis zu haben und wir gehen aber jetzt nicht was die ist bis zum Plan war so hat sich selbst Prozent 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 nur Flügel die Karte Prozent er wird der Mutiger Prozent jemand dort kannst du dich nicht einfach mal so auf deinem Fuss nur die 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 be das der immer ein der Tobi macht der Tobi hat die Erlaubnis dazu erheblich sind erheblich 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 erheblich